Die Sitzung ist noch nicht bereit. 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 Die Sitzung ist noch bereit. Die Sitzung ist noch nicht bereit. Die Sitzung ist noch bereit. Die Sitzung ist noch bereit. Das sind halt die kleinen Dinge im Leben, auf die man halt achten muss. Die Sitzung ist noch nicht bereit. Die Sitzung ist noch 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 bereit. Töte den Goldhuch Ich bin ein Gold, Junge Schaff das sogar Na ja, zu mir wurde schon gesagt Jäger bin ich eigentlich im OP, weil ich hier das Ich kann hier Ramos wirklich Alle alleine machen Ich mach schon hier Schaden Mit meinem Richtigob Mit meinem Höllschreifkriegsbogen OP-Ding, was? Wofür ich 7k, äh, GG-Seite haben Oder ich hab gesagt, 7.000 Volt Kann ich noch nicht tun Wir sind zu fast noch nicht bereit Das sind jetzt immer noch aus Das ist immer noch aus Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Wenn ich das eine mache, werde ich hier einfach mal meine Sachen abgeben, was ich hier zuvor gemacht habe. Was ihr wolle. Arbeiten abgeschlossen. Oh Gott, das vibriert mein Handy schon wieder. Koreanische Legionär. Ähm, okay. Ein Taoga-Schriftrolle. Schriftrollen. Nicht Trolle, Schriftrollen. Ich will hier durchkommen, ohne von Oga angegriffen. Zu werden. Oh Leute. Was braucht jemand? Auslöschen der Oga. Möge eure Klinge niemals. Mache ich alles später. Ich gebe die ab. Und ich glaube, dann wäre ja nicht sogar die Aufnahme schon wieder. Wird eine nicht allzu lange Aufnahme auf jeden Fall. Aber... Trotzdem. Ihr entgeht mir nicht. Ich sehe welche. Ich mache da ein paar Apps mit dabei. Und so wie ich die kenne, sind die... Ähm... Sollte ich solche Orks oder so mit Vorsicht genießen, weil die schon ein wenig stark sind. Na gut. Kommt immer... Wenn ich Pech habe... Ähm... Treffe ich auf Rare Mobs, die einfach... Die mich one-hitten oder sowas. Da gab es schon welche. Hey, wie geht's euch so? Damit ihr das wisst. Oh, die haben da... Einen... Shrekens Robin. Ange... Was wollte ich schon sagen? Angekettet? Ne, angeseilt. Sieht ja was schlecht aus. Hier sind schlechtere Texturen. Wahrscheinlich, weil es die noch nicht so ganz geladen hat. Gucken. Aber ich werde jetzt mal... Hier noch gucken. Hallo. Nessing würde ich so farben. Man sieht sich. Ach, Hembert ist auch wieder da, okay. Spuckt es aus. Seid vorsichtig da draußen. Falls ihr je was braucht. Hm, hm. Lauter Quest. Zeit ist Geld. Gebt es hier. Zeit ist Geld. Bleibt gut drauf. Ja? Was wollt ihr? Betriebsschutz, Zwangsvollstreckungen, Erpressung, haben wir... Ja? Was wollt ihr? Betriebsschutz, Zwangsvollstreckungen, Erpressung, haben wir... Um, was soll ich ein paar Mal sehen? Ja? Ja? Und jetzt haben wir... Ja? 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 Habe ich den? Nein, habe ich noch nicht. Äh, Moment. Es wird mir wahrscheinlich wundern, dass ich den jetzt angeschrieben habe, aber naja. Wie viele Quests habe ich da jetzt? Ihr zweifelt an meiner Ehre? Ja. Mach Arzoroth stolz, Kommandant. Gab es hier noch eine Quest, die ich abgeben kann? Da hinten auch so ein Baum. Okay, Baum. Gut, gut, gut. Dann würde ich jetzt mal reparieren, den Scheiß hier mal verkaufen. Na, was habe ich da bekommen? Vor Stolpax. Ah. Was? Wieso nicht amüsiert? Du aller Tauren-Droide mit deinem Skelett-Pferdchen, was ich auch habe. Älteste Lederhosen. Okay. Gucken wir mal. Ich packe mir mal meinen Rabenfürsten aus. Und ich würde mal sagen, auf dem Rabenfürsten, sag ich da mal, zum nächsten Mal. Wenn ich keine Ahnung, wenn ich keine Ahnung was mache. Vielleicht spiele ich heute in Nagrand auch, die ganzen Quests in Nagrand auch fertig. Wer weiß das schon. Und dann bin ich auf 100. Wenn ich auf 100 bin, mache ich auf jeden Fall noch ein Video. Das sage ich euch. Wenn ich hier meine... Vor allem, wenn ich die gar nicht so auf... Stufe... Drei hab. Auf jeden Fall, dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal. Ohne groß die Abmoderation. Also noch Sun Bros, Praise the Sun und Yao. Den Rest kennt ihr ja schon.